Ich denke, dass es ein schwieriges Spiel wird, weil alle denken, dass es vielleicht ein Selbstläufer sein kann. Aber ich habe mir die letzten Spiele von Havelse angeschaut. Knappe Ergebnisse, knappe Niederlagen, beeindruckendes 1-1 in Magdeburg. Also die Mannschaft ist sicher nicht so schlecht und ist sicher unter Wert geschlagen, was die Tabellensituation betrifft. Auf der anderen Seite, bei uns geht es ganz einfach darum, die Liga zu halten und dann sollten wir oder sollten wir versuchen, ganz einfach auch gegen den Tabellenletzten natürlich Punkte zu holen. Ja, hat sich wenig verändert gegenüber der letzten Zeit. Das heißt, wir haben noch immer den einen oder anderen, der nach Corona oder nach Impfung so seine Problemchen hat und noch nicht dabei sein kann. Ansonsten, die anderen sind alle da. Wie ich schon gesagt habe, es gibt keine Pflichtsiege. Es ist von der Idee her natürlich einfacher, oder es sieht leichter aus, gegen Havelse zu gewinnen als gegen Magdeburg vielleicht oder gegen Freiburg. Aber das ist es nicht, weil die Jungs aus Havelse natürlich auch gute Arbeit leisten. Das hat man in den Spielen zuletzt gesehen. Auch jetzt knappe Niederlage gegen Wiesbaden. Also die Jungs, die haben schon was drauf. Aber auch meine Jungs sind gut und deswegen hoffe ich natürlich auf einen 3er, aber von einem Pflichtsieg zu sprechen, das wäre zu einfach. Ja, ich denke, dem Freiburg-Spiel möchte ich es nicht auf die Konzentration der Spieler schieben, dass wir diese Spieler dann noch verloren haben. Wir alle wissen, dass Schiedsrichterentscheidungen dabei waren, die nicht in Ordnung waren und die schlussendlich dazu geführt haben, dass wir das Spiel auch noch verloren haben. Aber mittlerweile natürlich, wenn du jeden Tag in den Zeitungen liest, was kommen könnte, dann gibt es schon ein bisschen Unruhe. Die Jungs sprechen uns auch darauf an, aber ich versuche natürlich mich auf das Sportliche zu konzentrieren, auch mit den Jungs das Sportliche im Vordergrund zu halten. Aber natürlich sind solche Dinge eigentlich nicht förderlich. Ja, auch das ist nicht einfach natürlich, aber ist auch logisch, denn wenn man liest, dass wir in so einer Situation stecken, dann wollen die Berater der Jungs natürlich das Beste für ihre Spieler herausholen. Und dann sind natürlich auch Gespräche mit anderen Vereinen möglich, solange das Transferfenster noch offen ist. Und das ist ja noch ein paar Tage offen. Aber ich hoffe natürlich, dass alle Jungs hierbleiben, weil wir hatten eh schon zu viele Abgänge und keine Neuverpflichtungen. Also weitere Abgänge sollten wir nicht oder können wir eigentlich nicht verkraften. Rückschlag nicht vielleicht, aber ein Nachteil vielleicht, weil ja klar, wenn wir noch den einen oder anderen zu bekommen hätten mit Qualität, dann hätte sich auch die Qualität der Mannschaft im Gesamten verbessert. Aber das sind Dinge, die muss ich ganz einfach akzeptieren. Das ist jetzt so. Ich bekomme keinen Spieler, das ist definitiv jetzt. Aber natürlich würde ich die anderen, die noch hier sind, gerne halten. Nein, ich bin ganz klar Trainer. Also was die Situation um den Verein betrifft, mit dem habe ich eigentlich nicht viel zu tun. Da sind unsere verantwortlichen Präsidenten, der Geschäftsführer gefragt. Ich kümmere mich um meine Mannschaft, kriege natürlich das ganze Theater ein bisschen mit, was um den Verein herum ist. Aber ich bin ganz klar Trainer, kümmere mich um die Mannschaft, um die Jungs, um die Taktik und das ist auch gut so. Absolut. Sinan hat vom ersten Tag an extrem überzeugt. Kann ich auch ganz ehrlich sagen, ist einer meiner Lieblingsspieler geworden, weil er vom ersten Tag an top, top, top trainiert hat, sich in den Vordergrund gespielt hat. Auch in dem Testspiel, in dem einen, das wir leider nur hatten, hat er sehr, sehr gut gespielt. Hat auf einer Position gespielt, die er zuvor noch nie gemacht hat. Auch da hat er sich sehr, sehr gut eingefügt. Und jetzt im Spiel gegen Freiburg in der zweiten Halbzeit, denke ich, war er absolut einer unserer Aktivposten. Hat ein tolles Spiel gemacht. Und ja, ich hoffe, dass es natürlich so weitergeht. Nein, was die finanzielle Lage betrifft, das ist nicht mein Bereich. Ich kümmere mich um das Sportliche. Das müssen andere tun und hoffe natürlich, dass wir diese Lücke, die es dazu zu füllen gibt, ganz einfach wieder füllen. Und dann sollte es nochmal weitergehen, hoffentlich.